Sammle den Ride the Lightning Gegenstand ein, also der Ride the Lightning Gegenstand wäre eine Gitarre. Ihr könnt den Ride the Lightning Gegenstand an folgenden Orten auf der Karte finden. Ihr könnt ihn aber auch als Flurloot finden oder in normalen Truhen. Sammelt die Gitarre einfach ein und schon habt ihr die Aufgabe erledigt.